Ein guter Interview zum kommenden Spieltag mit der Verena Bastian, seit 13 Jahren Vorsitzende vom FC Wittlinge. Frau Bastian, ja, es wäre jetzt fast schon wieder was drin gewesen. Wir sind nämlich hier beim Spiel der Sportvereinigung Brennend-Öfflinge gegen der FC Wittlinge. Keller-Duell in der Bezirksliga. Das ist nur die erste Halbzeit, steht 1-0 für der FC Wittlinge. Ich kann mir vorstellen, dass Sie hoffen, dass es so bleibt zumindest, oder? Ich hoffe, das ist schwer. Ich meine, es ist ja ein wichtiges Spiel für euch auch, weil ihr die Punkte auch dringend braucht. Sehr, sehr wichtig. Was läuft denn nicht ganz rund in Wittlinge im Moment, außer der Ergebnisse? Das ist jetzt eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, könnte ich es beheben. Dann wäre es sofort anders, oder? Richtig. Aber es stimmt eigentlich schon, soweit in der Mannschaft, Trainer, Vorstandschaft, das läuft schon alles normal. Das läuft alles ganz normal und trotz alledem bringen sie die Ergebnisse nicht zustande. Aber letztes Jahr war es umgekehrt, da haben wir unsere Punkte in der Vorrunde geholt. Und plötzlich lief es in der Rückrunde nicht mehr, ganz komisch. Und dieses Jahr ist es vielleicht umgekehrt. Darauf hoffe ich halt. Ich denke, wenn man das Potenzial anguckt vom Verein und auch von der Mannschaft, dann muss man nicht wirklich Angst haben, der FC Wittlinge. Aber man weiß halt im Fußball nie, was kommt. Gut, wir wissen aber, was nächstes Wochenende kommt, und zwar am 11. Spieltag. Wir gucken uns schnell die Paarungen an. SV Wall 2 gegen der FC Schlüchthal. Was denken Sie, was wird da rauskommen? SV Wall, Schlüchthal. 2-0. 2-0. Dann haben wir auch am Freitagabend schon der SV 08 Laufenburg gegen der VfH Bad Bellingen. Schwer. Schwer. Ich setze mal ein 0-0. Okay, dann haben wir am Samstag das Spiel vom FC Erzingen gegen den Aufsteiger, Postbüros FC Friedlingen. Erzingen ist heimstark. 2-1. Gut, dann haben wir den SV Jestette gegen den heutigen Gegner von euch, Sportvereinigung Brennend-Öflingen. 1-0. Gut. Dann den SV Buch gegen den Landesliga-Absteiger, FC Zell. 1-3. Dann kommen wir zu den Sonntagsspiele noch. Der FC Geislinge, der Aufsteiger-Spiel gegen die Thus-Evringen-Kirche. Geislinge wartet immer noch auf den Heimsieg. Das wäre die erste in der Bezirksliga-Geschichte des Vereins. Also ich wünsche es nur und sage jetzt einfach mal 1-0. Gut, schauen wir mal. Und dann haben wir den FC Wehr gegen den Tabellenführer. Der FC Schönau wird sicher ein interessantes Spiel, gell? Ja, das ist, was ist, wer Schönau? Das gewinnt Schönau. Ich sage 1-3. Gut, und dann haben wir last but not least. Eure Mannschaft, FC Wittlingen, der Heimgege der FC Wallbach. Und wir haben fest, das heißt, wir gewinnen das auf jeden Fall. Okay. 2-0. Gut, Frau Bastian, dann wünschen wir der Mannschaft viele, viele Punkte und viel Erfolg. Alles Gute auch Ihnen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.